Musik Der Strom, die Energie, die Versorgung, die brauchen ihre Wärmelampen. Es ist so, dass die Leute oft denken, boah cool, ich will eine Schlange haben. Und dann merken, dass das aber auch Arbeit macht und dass eine Schlange halt eine Schlange ist. Also die kann man beobachten, die sind schön anzusehen, aber sie kosten halt auch Geld und es macht halt wie gesagt Arbeit. Musik Wir warten jetzt auch immer noch ab, was kommt für Nachzahlungen, wie sieht es jetzt aus. Aber letzten Endes können wir, wir müssen es machen und irgendwie müssen wir dieses Geld reinkriegen. Über Spenden, über Fördermittel, wir werden alles tun, um das weiter aufrecht zu erhalten. Musik Musik